Rosalinde Haller ist noch erkrankt. Sie sendet Ihnen die besten Wünsche und auf diesem Weg die Tagesenergien. Tagesenergien, Rosalinde Haller, Montag, 15. Februar. Sich über alles etwas aufregen, viel zu merken und trotzdem wenig gegen etwas zu unternehmen, ist heute vielerorts zu bemerken. Gehen Sie dem am besten so gut wie möglich aus dem Weg, um nicht frustriert zu werden. Es fehlt bei Unternehmungen heute oft an Geduld und Durchhaltevermögen. So manche Gewaltlösung ist gefragt. Diplomatie fällt heute schwer. Es ist Faschingsmontag, aber es steht Ihnen heute meist trotzdem nicht der Sinn nach viel Gedöse.